Was tun, wenn eine Frau immer wieder keine Zeit hat? Was ist, wenn eine Frau, mit der du schreibst, immer wieder keine Zeit hat oder deine Vorschläge, euch zu treffen, immer geschickt umgeht? Wie fühlst du dich dabei? Denn das ist die wichtigste Frage in den nächsten paar Minuten. Wie fühlst du dich, wenn eine Frau nicht dasselbe Interesse hat wie du? Der Kern dieser Inbalance ist Abhängigkeit. Sie schreibt dir ein wenig und du machst dir einen Kopf, was du jetzt zurückschreiben sollst. Du hast Angst etwas Falsches zu sagen und sie zu verlieren. Du bist in diesem Moment von ihr abhängig. Wenn eine Frau, die nur wenige Zeilen schreibt, aber du einen Roman verfasst oder dich anders verhältst, wie du es bei deinen Freunden tun würdest, dann merkt, dann merken Frauen das. Sie merkt diese Abhängigkeit. Der Schlüssel liegt darin, es deinem eigenen Unterbewusstsein zu sagen, dass du nicht abhängig bist. Dass du ein Mann bist. Frei. Ungezähmt. Mit Begierden. Mit einer Mission, die wichtiger ist als dieser eine Chat. Eine Grundregel ist, wenn du mehr schreibst als sie, dann bist du nicht du selbst. Dann versuchst du sie von dir zu überzeugen. Und wenn du sie versuchst von dir zu überzeugen, dann wirkst du unattraktiv. Und wir selbst zu sein, das ist nicht leicht. Vor allem, wenn wir vor einer wunderschönen und intelligenten Frau stehen, da werden selbst die erfahrensten unter uns ein wenig nervös. Dass wir ihr gefallen wollen, ist ganz natürlich. Und diese Nervosität ist auch Teil dieser gemeinsamen Geschichte, die du mit ihr schreibst. Aber damit du ihr nicht die falschen Signale aussendest, aus denen sie dann Rückschlüsse zieht, dass du von ihr abhängig bist, wasse dich kurz. Halte deine Nachrichten kürzer als sie und versuche sie knackig und emotional wertig zu gestalten. Du kannst dir zum Beispiel schreiben, hallo, wie geht's dir? Oder, na wie geht's meiner Lieblingskomplize? Du merkst direkt, das eine sucht nach ihrer Aufmerksamkeit, während das andere Wert schenkt. Das eine gibt, während das andere nimmt. Bei dem höflichen Hin und Her werdet ihr beide keine wirklich spannende Erfahrungen haben. Ihr werdet euch beide gezwungen fühlen, diese Unterhaltung irgendwie führen zu müssen. Und kein Mensch fühlt sich gerne gezwungen, weder wir noch sie. Aber bei der Leichtherzigen, da kann sich ein Rollenspiel daraus entwickeln. Ein Rollenspiel, bei der ihr beide Bankräuber seid. Und nach einem witzigen Hin und Her und Hin und Her fragt sie dich vielleicht, wann du Zeit hast. Achte darauf, dass du mehr gibst. Positive Energie, Spaß, dass du sie aufziehst, dass du dich selber nicht zensierst und so verhältst, wie du es mit deinen Freunden tust. Ja, wie mit deinen Freunden. Trau dich mal. Du wirst dich wundern, wie viele Frauen positiv darauf reagieren. Das Ding ist, sie wartet darauf, dass du mit ihr einen Spaß machst. Sie will, dass du mit ihr locker umgehst und ihr zeigst, dass dir das Ganze nicht so wichtig ist. Sie möchte mit dir einfach nur entspannen und Spaß haben. Sie will sich gut fühlen, so wie wir alle auch. Und wenn jemand versucht, dich in ein Gespräch hinein zu drängen, das nur Informationen austauscht, dann hast auch du das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Du merkst, dass der andere sich verstellt und das mag keiner von uns. Aber was ist, wenn du jetzt immer wieder emotional wertig schreibst, flirtest, mit ihr Spaß hast und ein Treffen vorschlägst und sie auf dieses Treffen scheinbar nie eingeht? Dann würde ich einfach nur, okay, zurückschreiben. Und sie ab dann auf mich zukommen lassen. Nicht mehr schreiben. Das ist wichtig. Sie braucht Raum? Gib ihr Raum. Gib ihr das, was sie braucht. Unser Job als Mann ist es, Frauen zu erlauben, sich frei zu entfalten. Und das können sie nur, wenn sie sich frei entfalten können, wenn sie den Raum dazu haben. Und manchmal bedeutet das auf rein männlicher und weiblicher, sexueller Ebene, dass wir ihnen den Raum geben, den sie brauchen, um auf uns zuzukommen. Dementsprechend schreib ihr nicht mehr. Überlass ihr doch mal den nächsten Schachzug. Sie braucht einen Beweis dafür, dass du nicht von ihr abhängig bist. Also zeig ihr das. Und in einer Minute verrate ich dir, was du sagen kannst, sobald sie sich jetzt bei dir meldet. Die Chancen stehen hoch, dass sie dann irgendwann, doch von sich aus, dich mit einem Termin oder einem Treffen, einem Vorschlag direkt anschreiben. Selbstbewusstsein ist an dieser Stelle A und O. Zeig ihr, dass du auch ohne sie gut zurechtkommst. Nur so funktionieren gesunde Beziehungen. Du würdest doch auch nicht einem Freund schreiben, warum antwortest du mir nie? Oder würdest du dir den Kopf zerbrechen, warum er sich nicht bei dir meldet? So sieht auch keine gesunde Beziehung zwischen Mann und Frau aus. Eine gesunde Beziehung basiert auf gemeinsamer Unabhängigkeit ist, wenn du verkörperst, dass du sie willst, aber nicht auf sie angewiesen bist. Und wenn du dieses komische Gefühl in dir hast, wenn du mit einer Frau schreibst, dann bist du nicht unabhängig. Triff dich mit anderen Frauen. Und wenn du noch nicht so weit bist, dass du weibliche Freunde hast, dann triff dich mit deinen Kerlen, deinen Jungs, deinen Männern, deinen Freunden und deinen Brüdern. In der Flirtmasterclass wirst du in zwölf Wochen zu dem Mann, den Frauen wollen. Und dort findest du auch deine Bande an Mitstreitern. Wenn du dich informieren möchtest, wie dieses Programm aussieht, dann klicke hier. Wichtig ist, dass du sie nicht über dich stellst, aber auch nicht unter dich. Eine Beziehung auf Augenhöhe beginnt schon ab dem ersten Augenblick an. Wie redest du mit ihr? Von oben nach unten? Von unten nach oben? Oder leichtherzig und locker, wie zwei Kinder im Sandkasten. Dafür brauchst du kein Arsch zu werden. Die Mischung macht's. Wenn du sie magst, dann zeig ihr das. Schlag ihr ein Treffen vor. Bleib locker, bleib leichtherzig. Flirte mit ihr. Trau dich. Und wenn sie nicht mitmachen sollte, dann mach dein Ding. Geh raus, spiel Fußball oder tu etwas, das wirklich wichtig für dich ist. Denn diese eine Unterhaltung mit einem Menschen kann nicht so wichtig sein wie dein Selbstwert. Wenn sie sich jetzt nach längerer Zeit wieder bei dir meldet und du vorhin schon einige Vorschläge gemacht hast, euch zu treffen, dann antworte ihr, tut mir leid, ich habe diese Woche keine Zeit mehr. Wir schreiben nächste Woche. Vielleicht können wir uns da sehen. Und wenn sie dann nicht mehr auf ein Treffen eingeht, brauchst du auch nicht mehr auf ihre Nachrichten einzugehen. Diese Beziehung beruht dann nicht auf Augenhöhe. Und dann ist es völlig okay, loszulassen. Manchmal brauchen Frauen Raum, sich frei zu entfalten. Und das heißt, keine Antworten mehr von dir zu bekommen. Sie brauchen den Raum, um zu erkennen, dass irgendetwas doch fehlt. Dass sie es vermissen, mit dir Zeit zu verbringen. Wir geben ihnen diesen Raum. Wir haben keine Ansprüche auf ihre Zeit, genauso wenig wie sie Ansprüche auf unsere Zeit. Wir sind auf Augenhöhe. Wir schätzen Frauen, aber wir verbiegen uns nicht für sie. Für niemanden. Wir machen Verführung oft komplizierter, als es eigentlich ist. Verführung basiert auf Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit ist attraktiv. Aus Unabhängigkeit kommt Selbstvertrauen. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dieser unabhängige Mann zu werden, der souverän mit Frauen umgehen kann und sie verführt, dann klicke hier und ich zeige dir, wie du in zwölf Wochen zu dem Mann wirst, den Frauen wollen.